Okay. Versuchen wir es nochmal. Ey! Was ist denn der Scheiß? Hat das Ding uns einfach geschlagen? Du wirst hier von Pflanzen geschlagen. Das ist... Das ist doch die Frechheit, du wirst sehen. Erstmal speichern. So... Ich muss jetzt immer auf die Karte gucken, weil es wird sonst nirgends angezeigt. Kommen wir... Hier kommen wir nicht lang. Wir müssen unten lang. Oder oben lang. Sein Ernst. Wir gehen weit hier lang. Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Wir müssten aber jetzt eigentlich hinkommen. Äh... Irgendwas von wegen Schwert. Unten. Hm. Gucken wir mal in die Werkstatt. Können unsere Umhänge verbessern? Wie cool. Könnten wir uns unseren... unseren neuen Umhang ankucken? Wir müssen ja nicht hauen. Können wir den nicht ausrüsten? Äh... Inventar... Fähigkeiten... Achso, der ist automatisch ausgerüstet. Wie das aussieht. Hm. Ist aber eine schöne Weltkarte. Okay. Dann gehen wir erstmal upgraden. Fragmente haben jetzt einige. Ach, den... Ach, das ist ein Upgrade. Ah... Okay. Okay, okay. So, machen wir jetzt noch Geschwindigkeitsverbesserung? Super. Das nächste ist mit 60 Fragmenten. Fragmenten. Und wir können es doch in Schwert schmieden. Naja, zumindest total. Okay. Langsam verstehe ich's. Aber nur langsam. Okay. Hey. Kommen wir hier eigentlich schon weiter? Nee, oder? Hier war nur die Höhle? Hier kamen wir nicht durch. Da bin ich sowieso eigentlich nicht durch. Hm. Drumherum kommen wir auch nicht, oder? Nee, wenn wir runterspringen, sind wir tot. Wir können aber auch nicht die, die, äh... Können wir auch nicht einfach hinspringen, ne? Nee. Uns hat's zerlegt. Hm. Hm. Frage ist, wo wir weiter hin müssen. Ich bin mir gerade sehr... sehr, sehr unsicher. Ach, ist da, wo wir gestorben sind? Hey. Ist da jetzt irgendwas? Müssen wir uns irgendwie wieder aufsammeln? I don't know. Was war eigentlich hier? Was war um die Ecke? Hm. Da unten war noch ein Herzfragment. Dass wir die Dinger hier nicht aktivieren können. Macht mich wahnsinnig. Hm. So, da kommen wir nicht weiter. Da müssen wir irgendwie irgendwie weiterkommen. Da vorne ist noch irgendwas. Ich weiß aber halt nicht, was das für ein Symbol ist. Und da ist noch ein Schmetterling, an den wir noch nicht rankommen. Können wir halt leider auch noch nichts machen, weil das fehlen, glaube ich, die Generatoren. Ui. Genau. Jetzt wissen wir, wie so ein Turm von oben aussieht. Fragmente und sowas behalten wir, wenn wir sterben. Okay. Unten war noch was, ne? Komme ich jetzt am schnellsten da runter? Wenn ich jetzt da runter gehe, komme ich nie wieder hier nach oben. Können wir uns eigentlich teleportieren? Geht das jetzt? Jo, geht. Cool. Au. Au. Okay, das war eine dumme Idee. Wie sollen wir hier weiterkommen? Oben scheint irgendein Cube oder sowas zu sein. Kann damit aber nicht agieren. Wir müssen irgendwas tun, damit die Tür sich öffnet. Cool, dass die geben dann immer leben, wenn man es braucht. Hier waren wir aber schon lang gegangen. Hier ist nur dieser Abgrund. Ist auch noch irgendwie lang. Hm. Mysteriös. Leute, die haben auch hier dran. Okay. Einmal müssen wir eigentlich da hoch irgendwie und... Einmal müssen wir irgendwie hier hoch. Aha. Gefunden. Was bist denn du? Ist das eine Energiesicherung oder sowas? Wir haben irgendwas aktiviert. Ah. So funktioniert Strom. Eigentlich nur Energie. Ah. Das war also das Rätsel Lösung. Wie kommen wir jetzt da hoch? Oh. Erstmal ans Kapion vorbei. Was bist denn du? Oh. Oh man. Wie sollen wir die hinschlagen? Ah lala. Ich geh mal weiter, bevor der uns tötet. Okay. Sieht alles nicht sehr safe aus. Hm. Schon schöner hier. Ich lass dich leben. Ich lass dich leben. Ich lass dich auf, weil ihr süß seid. Ah. Fragmente. Meine besten Freunde. Alle. Alle meine. Alle, alle meine. So, geht's hier noch weiter? Nee, ne? Hier geht's noch weiter. Hier brauchen wir eine Sicherung. Oder Energiekugel oder was auch immer. Frage ist, woher? Die müssen wir bestimmt von hier oben dann irgendwie holen. Oder mitnehmen. Uiuiuiuiuiui. Jetzt wissen wir heute. Ah lala. Nicht nach unten blicken. Schildtypen sind ätzend. Wie man die töten soll? Ich hab keine Ahnung. Vorsichtig. Darf nicht kaputt gehen. Generator an. Cool. Sieht ein bisschen aus wie die Kugel aus der Schatzplanet. Die Karte. Okay. Wo kommen wir jetzt hin? Ich muss mal runter. Au. Okay. Gibt mir euer Leben. Au. Okay, jetzt sind wir hier oben. Wir haben uns eine Treppe gebaut. Ist das wie ein Safe Point? Ah, doch keiner. Die Plattform müssen wir noch aktivieren. Da unten ist ein Upgrade. Sieht hier irgendwie viel zu schön aus. Viel zu friedlich. Hm. Nein. Oh, wir sind auf dem Boden der Tatsachen. Lass dich fallen. Wir werden schon irgendwann wieder hier rauskommen. Hoffe ich. Ne du? Will das Upgrade. Diddam. Unser zweites. Was wird's diesmal sein? Geht aus wie was mechanisches. Unser zweites. Unser zweiter Aufrüstung. Okay. Was hat das mit diesen Plattformen zu tun? Ah, da sind wir. Ah, da sind wir. Okay. Okay. Na, 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 na. Bleibt mir schon auf dem Boden der Tatsachen. Was? Jetzt wird's ja kriminell. Wie geil ist das denn? Teleportation? Ah. Wie geil. Oh mein Gott, das ist cool. Und ich glaub das ist auf Zeit. Sowas war auf Zeit gewesen. Hier oben lang. Das ist mir viel zu spät aufgefallen. Okay. Wo kommen wir jetzt hin? War das der Ausgang? Ne, ne? Ach, jetzt sind wir hier. Passt zum. Okay. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Okay. Verrückt. Mega verrückt. Oh nein. Fuck. Ich weiß dann nicht mal wieder, man die besiegt. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Schade, ich dachte, er rollt runter. Ah, fuck. Tötet euch gegenseitig, macht der gut so. Was, der kann Treppenlaufen? Uncool. Na toll. Ach, kriegst du mich nicht. Passt zum. Cool. Ich weiß gar nicht, wo wir damit hin müssen. Geh einfach mal hier lang. Seinmal kommen wir hier aber nicht durch. Gott, der wird sperrig. Hier hin? Ich glaube, das war richtig. Hier hin? Ich glaube, das war richtig. Und jetzt? Und jetzt? Ah, jetzt bewegt sich das. Cool.